Das ist mein Review über den fpvracer.ch HV vom 25. Februar 2017. Es war die erste HV, der Verein ist noch ganz jung. Und mein Fazit ist durchweg positiv. Es war sehr kollegial. Ich habe sehr viele neue Piloten kennengelernt. Es war extrem konstruktiv. Wir haben sehr viel über die Zukunftspläne des Vereins gesprochen. Man hat gemerkt, wie viel Interesse die Leute an diesem Verein haben. Und wie viel Energie, dass sie bereit sind, sie reinzustecken. Und trotzdem sehr viel Spass haben an dem Ganzen. Und nicht zuletzt, weil es so ein junger, unter dem auch noch sehr offener Verein ist, konnte man sich extrem gut einbringen. Es war wirklich eine sehr offene und konstruktive Atmosphäre. Für die Zukunft hat sich der Verein einiges vorgenommen. Wir wollen selbstverständlich unser Hobby fördern. Das fpv-Raisen und fpv-Akrofliegen, primär mit Quadcopter. Das indem wir gemeinsam fliegen, weitere Flugplätze zu organisieren, wo man als Vereinsmitglied easy üben kann. Wir versuchen ebenfalls, dem fpv-Raisen ein Gesicht zu geben. Dass das nicht irgendwelche unbekannte DJI-Piloten sind, die hier über den Quartier herumfliegen oder so. Sondern wirklich ein Image gegen aussen zu tragen, wie man dem heute so modern sagt. Wir werden auch Jugendförderung betreiben, sodass junge Piloten einfache Möglichkeiten haben, in das Hobby einzusteigen. Und entsprechend auch finanziell ein wenig entlastet werden, weil der Einstieg doch nicht ganz gratis ist. Und nicht zuletzt durch das Auftreten an anderen Events das Hobby und auch der Verein einem grösseren Publikum vorzustellen und uns zeigen, was wir so machen und wie viel Spass wir an diesem Ganzen haben. Die Ideen gehen natürlich noch weiter, aber noch nicht alles ist bruchreif und für die Öffentlichkeit bereit, sage ich jetzt mal. Aber ihr werdet auf jeden Fall die News und die neuen Sachen auf der Homepage fpvracer.ch nachlesen können. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spass bei weiteren Eindrücken des Events zu etwas lüpfiger Musik. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 ARD Text im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020